Musik 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 Es ist ganz klein wenig erkältet Es ist das eklige Wetter halt in der letzten Folge haben wir mal voll abgekackt gegen den lieben Deathstroke aber egal, wie ich schon angekündigt habe ich werde eine Serie draus machen nur ich werde es in der Reihenfolge spielen kurze Erklärung bevor wir jetzt loslegen ich werde es in der Reihenfolge spielen wie eigentlich die Zeit auch gegeben ist also Batman Arkham Origins spielt ja in der Zeit vor Arkham Asylum und ich glaube Arkham City auch noch vor Arkham Asylum also nach Origins eigentlich also ich denke ich werde dann weitermachen mit Arkham City oder mit Arkham Asylum das dürft ihr euch aussuchen, das möchte ich auch unten in den Kommentaren bitte lesen da dürft ihr ein bisschen was tun dürft ihr euch entscheiden Asylum oder ja wie gesagt City dann werde ich es nämlich nach eurem Ermessen entscheiden und welches als erstes ich mir dann besorge jetzt hau mal dem Typen da voll auf die Fresse war Maskfilm ich nehme an das wird der Kampf da nicht in so jetzt komm her du Sack so jetzt komm her du Sack au 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 irgendwie wie schlecht das beim letzten Mal dabei ach ja mach mich blind Kontra 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 wie ich es liebe z swing wie an der Reihe blöde dre 것처럼 Boah, jetzt scheint's ja wieder flüssig zu laufen. Sind wir nicht unter? Autsch! Na, jetzt kommt er wieder mit seinem Super-Trick, ja, wie toll! Dumme Sau! Mit dem hatte ich schon immer Probleme, ganz ehrlich! Komm, jetzt hol dein Buttermesser raus! Wichsel, diesmal nicht! Ah, macht er nicht schon wieder blind! Ah, macht er nicht schon wieder blind! Jawoll, 20 Hits! Jetzt ist vorbei mit deinem rechtlichen Stab! Oh, jetzt kommt er mit dem Schwertchen! War ja klar! Autsch! Mal, dass du das jetzt nicht mehr schlägst! Ich glaub, ich warten lieber ab, bis der zugeschlägt! Ja, wie auf dem Loch?! Blöde Sau! So geil wie mit der Faust, ey, und er hat ein fettes Schwert. Nein, wieder verkackt. Verzeiht mir bitte viermal. Gut gekämpft, Bettman. Aber ich bin stärker. Warte ab, mein Freund, warte ab. Es konnte nur auf diese Weise enden. Ach so, und dann kommt er mit der Knarre, der feige Sack. Sag mir, wo ich Black Mask finde. Die Beschränkungen, die du dir selbst auferlegt hast, machen uns nicht viel zu leid. Verhisch nochmal. Was hast du denn die Wüten gemacht, Alter? Jawohl, schon ein 13er Hits. Ist doch schön. Aber 15, 15, 16. Ach du Feigling. Warum sieht man Mama mein Leben nicht? Ich versteh's nicht. Jetzt sind wir dran. Bam, da hast du deine Maske verloren. Autsch, ich hätte blocken sollen. Warte mal, stell ich mich dann an wie Noob, aber ich bin ja auch einer. Warte mal, mach ich nicht. Warte mal... Warte mal, ich bin ja noch so. Warte mal, ich bin. Warte mal. Warte mal! Warte mal! Warte mal. Mh Ah jetzt können wir mit dem sparen Ich finde das immer so geil und Wurf und tschüss. Vor allem, weil ich ihn da voll erwisch. Ah, es kommt ja wieder mit dem Kontern. Er trifft er mich doch eh nicht. Meine Fresse, schau mal, wie du meinen Anzug kaputt machst, du blöder Sack. So. Spielzeug kaputt. Ich löse die gleiche Luft aus, hast du gesehen. Nochmal, er, der Spielzeug. Nochmal. Ja, von mir aus. Jetzt hat er mich am Rücken getroffen. Das kann doch ganz schön unfair sein, der Typ, also wo ich das damals auf leicht gespielt habe, war der nicht so schwer. Ah, das kriegen wir diesmal hin. Ich hab'n gutes Gefühl gerade. Nur nicht leicht zähnend werden. Ich hör wieder sein Spielzeug. Ach ja. Ich hör wieder sein Spielzeug. Nein, Dark Knight Herausforderung abgeschlossen. Komm, nochmal. Ach, zu früh gedrückt. Ach, du bist so feige, Junge. Kann ich ganz schön einstecken, ey, Wahnsinn. Noch ne Runde. So, dein Schwert kannst du dir jetzt noch zu einstecken. Jawoll, geschafft! Das war's, Slade. Was bist du? Bam. War nett, Batman. Die Tür findest du hier von allein. Ich darf den Pinguin nicht entkommen lassen. Ich brauche mehr Antworten. Oh, schönes Spielzeug. Fernlenk-Kralle. So, ich würde sagen... Ich muss auf diesen Balkon. Dieses Werkzeug von Deathstroke sollte mir dabei helfen. Naja... Wollen wir das jetzt machen? Ach, falsch. Entschuldigung. Hier war's ja. Erstmal wieder ne Nahkampfverbesserung einbauen. Wenn wir überhaupt eine noch haben. Die ist noch nicht frei. Okay. Spital-Multiboden ausschalten. Und ich brauche Jägerverbesserungen. Nehmen wir doch mal hier was. Seil ausschalten. Ja, auf jeden. Ja, auf jeden. Juhu! Das neue Werkzeug ist... Toll, wolltest du sagen. Hab ich recht? Okay, wir müssen hier lang. Wie cool der runter geht, ey. Na komm, Tür auf! Betsy, was wollen wir denn die Tür aufkriegen? Ja, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Eher kommst du einer Nonne an die Unterwäsche als in diesen Raum. Aber schön. Versuch's ruhig härter. Ich will's nur richtig spüren. Chia, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Fröhliche Weihnachten! Und jetzt verpiss dich! Mh, nein, wir werden uns nicht verpissen. Mh, 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 mh. Alfred, versuch Informationen über einen Ort bei den Lacy Towns zu finden. Die Polizei scheint gerade dort zu sein, Sir. Oh, und das ist interessant. Das Opfer soll anscheinend Black Mask sein. Black Mask tot? Bin schon auf dem Weg. Was? Black Mask ist tot? Den sollten wir doch fangen, oder nicht? Ja, komm. Jetzt machen wir's so. So. So geht's doch einfacher, wa? Vor mir jetzt ewig rumtrödeln. Aber das nehm ich noch mit. Nein. Komm. So, wo sollen wir jetzt hin? Wo ist mein Ziel? Ich bin grad ein bisschen ratlos. Einfach wieder raus? Kann ich mir nicht vorstellen. Na, vielleicht doch. Hier kommt Betsy. Hippiii. Also ich hoffe mal, dass wir von da gekommen sind. Jetzt haben wir gleich ein Problemchen. Oh, nö. Ich lauf doch jetzt nicht wieder. Alt. Da ist ein Schacht. Ach, komm. Och, guck an, die Tür ist auf. Ist doch schön. Und das auch mal ein bisschen den Weg freimachen. Hier geht's nicht lang. Okay. Dann da hoch. Zack. Kawusch, wa? Nein, Special Effects brauche ich hier jetzt nicht noch extra ein. So, ist das Ding jetzt hackbar? Na, endlich. Ich habe ja jetzt den Zugangscode. Ton H. Tür öffnen. Komisch. Ach, wieder bloß so in die liegen, Martin. Ne, toll. Dafür bin ich jetzt da reingegangen. Das veräppelt mich doch gerade, Leute, oder? Na gut. Dann Abmarsch. Sind wir schon dort nicht hergekommen? Wir werden es noch früher genug sehen. Dann haben wir noch Zeit. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir im Kreis laufen. Bitte nicht. Ach, da hängt einer. Wollte ich auch noch nicht sehen. Äh, Moment mal. Wo ist unser Ziel? Casino. Von mir aus gesehen links. Ah, da ist der Ausgang. Dann Abmarsch. Verziehen wir uns mal. Ich hoffe, ich laufe vielleicht nicht in die weite Richtung. Oder das habe ich eine Folge, wo ich voll im Kreis laufe. Er auch Schwachsein. Na, das schaut doch ganz gut aus. Tür verschlossen. Na, ganz toll. Ich habe es fast geahnt. Sorry, Leute. Manchmal bin ich schon ein bisschen verwirrt und verlaufen hier und ja, ihr seht es ja. Die armen Schweine, die da drin eingefroren sind. Die armen Schweine, die da drin eingefroren sind. Was haben wir hier hinten? Ja, hier war nur das Liegmal. Aber gespeichert hat es hier gerade. Warum? Kommt da jetzt wieder Gegner? Da oben sind wir gekommen. Ja klar, er kann nicht über den Tisch springen. Ist logisch. Ich will nur rauf auf dem hässlichen Schiff. Speichern. Okay. Das sind diese Chippoints, wahrscheinlich diese automatischen. Äh, Hust, Hust. Ist das eklig hier drin? Nur so was mache ich die Folge ein paar Minuten länger, weil ich jetzt hier gerade ein bisschen unnötig Zeit verschwendet habe. Türe auf, Türe zu, weiter geht's. Aber hier seht ihr jetzt schön alles. In der letzten Folge habe ich gesehen, das ist deutlich heller. Könnt ihr auch alles schön erkennen. Ähm. Außer man ist draußen im Dunkeln, dann ist das normal, weil Bett, das zeigt sich ja auch nicht einfach so, ne? Da waren wir drin, okay. Ähm, ich denke wir müssen noch weiter runter, aber wo genau, bin ich ein bisschen überfragt. Gibt es hier nicht ne Tür, die orange ist? Die mich rauslässt? Scheint wohl nicht so. Okay. Wir probieren jetzt auch nicht rum. Ich weiß auch, dass das Eis hier jetzt kaputt ist. Vielleicht hat das ja auch nen... Was war das? Ja, die Folge werden wahrscheinlich ein paar Minuten länger gehen. Aber ich denke, das macht euch weniger aus. Noch wurde ja nicht abgestimmt, was ihr haben möchtet. Jetzt gehen wir einfach mal da hoch. Hm, das schaut mir schon her. Ja. Die Kesselraum. Oh nein. Tja, wenn man die Tür vor der Nase hat, geht man woanders hin, ne? Da steht sogar dick und wird exit drauf. Äh, was? Da liegt ein Deppstroke. Kann ich da vielleicht jetzt doch raus? Ach, es geht doch, obwohl sie nicht orange ist. Ich wollte mich doch verarschen. Hier kann ich die Fernlenkkralle einsetzen, die ich von Batstraw kam. Mhm. Sehr schön. Alfred, lass das GCPV wissen, dass sie einen Blick auf die Final Hopper werfen sollen. An den Dixon Dogs. Sie können Slade Wilson auf ihr einsammeln, zusammen mit einer ganzen Ladung illegaler Waffen. Noch ein anonymer Tipp wird an die Lizza. Charakterprofi frei ansehen, Deathstroke, aha. Ja. Denk. Wer bist'n du? Wird der Rebell von Gothams Niedergang vernichtet. Und jetzt zurück zu... Ich sollte schnell zu den Lazy Towers, bevor die Cops alle Beweise an dem Tatort vernichten, den Pinguin erwähnten. Ich hatte gehofft, dass du kurz Zeit für mich hast. Ich möchte dir eine Geschichte... ...zum verbrechen, Wald, Gier und Rache. Hey, ganz ruhig. Ich will nicht kämpfen. Ich hab nur eine Nachricht. Anarchy sagt, wenn sie Geld abheben wollen, sollten sie sich beeilen. Ich habe drei Bomben in den korruptesten Ecken Gothams verteilt. Aber anders als Gidi, ich bekämpfe... Was? Bomben? Bist du wahnsinnig, Alter? Ich weiß nicht, Leute, warum das manchmal so hackt oder leckt. Eigentlich dürfte es nicht sein, weil meine Grafiker hat jetzt ohne Probleme dafür ausgereift. Aber naja... Komischerweise im Video sehe ich die Lecks gar nicht, also... Da ist das nur beim Live-Zocken. Mist, dieses dämliche Handy spitz wieder. Ich sollte den Anbieter wechseln. Würde nix bringen. Was meinst du? Irgendein Verrückter hat in der ganzen Stadt Masten aufgestellt. Aufgestellt. Ich höre alle Signale. Telefone. Funk. Es heizt die Chaos. Weil es sei der Killer. Kann sein. Würde es in Wachstum. Verschirren die Folge der Fledermausblock hier. Dann kann man ihn leichter hellig... Intersechbare Einflüsse der Mordkommission. Ein 1.87 in der Bauung. Officer vor Ort meldet, dass das Opfer von einem Freund unlos zu sein scheint. Ach, da müssen wir ja... Jetzt sollen wir mal Gas geben, die Bombe ist nicht immer noch ziemlich weit weg. Mach ein paar strange Erssepäe für Sie. Aber nicht mehr. Mach ein paar Dinge. Ach, das ist ja auch nicht mehr. Mach ein paar Dinge. Mach ein paar Vergeistern. Mark erzeugt die Mitteilung. Mach ein paar Rewards. Mach ein paar Ziele. Mach ein paar Wachstum. Mach ein paar Ziele! Was muss jetzt echt schnell gehen? Verdammt! Verdammt war das knapp. So, ab zur nächsten Bombe. Hä? Das war halt eine Bombe. So, der Bus hat sich gerade verliebt. Sie schwimmen. Keine Ahnung! Lägen wir jetzt so an der Fl Load. Alles komisch verhalten. Man weiß nie, was wir fragen. Die Fluttsonen sind im Schnitt. Das wird wieder neu aus. Doch kaum, dass sie selbsthaft werden wollen. Die wollen hier nur schnelles Geld machen. Die Flute an uns umreden. Und jetzt zurück, zu was auch immer sie sollen. Schade, dass die Parade abgesagt wurde. Die machen irgendwie Spaß. Hab immer davon getraut, mal einen der riesigen Ballons abzusießen. Ja, dafür würde ich sogar bezahlen. Ein großer... Die Cops müssten irgendwo eine Relaisstation haben. Wahrscheinlich ein mobiler Satellitenempfänger. Bestimmt auf einem Dach. Die ganze Sache wird... Schon besser. Doch, kann... Gute Nacht. Warum wir jetzt Cops zusammengehauen haben, verstehe ich noch nicht. Schlüsseln wir mal. Rubio, wie lautet Ihre 20? Auf dem Balkon für eine Fluppe mit Hemines. Diese Männer auf dem Balkon, das könnte mein Weg hinein sein. Dann let's go! So! Wir haben ja sogar seine pranzigen kleinen Fingerabdrücke direkt neben den Leichen. Na, den Pinguin haben wir am Sack. Dort gehören Sie... So, ab nach drinnen. Mhm. Mhm. Ist hier irgendwo wer? Mhm. Mhm. Die Cops waren wohl schon hier. Gut, machen wir noch Detektivarbeit würde ich sagen und dann ist... Simple, definito. Die Polizei glaubt, dass der Pinguin Black Mask umgebracht hat. Aber warum sollte er mich hierher schicken, wenn er der Mörder ist? Das ergibt keinen Sinn. Ah, jetzt müssen wir wieder Spion, äh, Detektiv spielen. Die Morde sind schon Tage her. Das Feuer und die Umwelteinflüsse erschweren die Identifizierung der Opfer. Das männliche Opfer trägt eine schwarze Maske, aber ich kann ihn nicht als Roman Sionis identifizieren, ohne eine DNS-Analyse durchzuführen, was ich hier nicht kann. Hm. Ach, was hängt denn da an, Engel? Ich kann das weibliche Opfer anhand der Fingerabdrücke identifizieren. Tiffany Ambrose, Roman Sionis Freundin. Zumindest eine von ihnen. Sie war kein Engel. Langes Vorstrafenregister. Aber nichts lässt vermuten, dass sie das Ziel war. Das Feuer entstand durch einen Molotow-Cocktail, der in den Raum geworfen wurde. Vielleicht sollten so Beweise vernichtet werden. Mhm. 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 Was haben wir denn hier noch? Mhm. Was haben wir denn hier noch? Aber die Rillen im Boden legen nahe, dass sich der Schütze in einem Stuhl zurückgelehnt hat. Ich kombiniere, es war nicht der Pinguin. Diese Kugel stammt aus einem Revolver. Die ballistische Analyse deutet auf eine flache Flugbahn hin. Der Schütze hat in etwa die Größe des Pinguins. Doch den Schießpulverrückständen zufolge wurde die Kugel von einem auf dem Boden liegenden Schützen abgefeuert. Aha. Was haben wir denn hier? Diese Fingerabdrücke sind die des Pinguins. Aber sie sind oberhalb des Rußes von dem Feuer. Die Cops haben recht. Der Pinguin war hier im Raum. Aber diese Abdrücke beweisen, dass er erst nach den Morden hier war. Wenn er Blackmass nicht getötet hat, wer dann? Das einzige, was ich sicher sagen kann, ist, dass Tiffanys Mörder auf dem Boden lag. Aber wieso? Ah, da ist noch was. Diese weißen Streifen hier sind Schuhcreme. Tiffanys Mörder wurde über den Boden geschleift. Außer den Opfern waren noch zwei weitere Leute hier. Tiffanys Mörder und wer auch immer ihn davon gezerrt hat. Die Position, aus der das männliche Opfer erschossen wurde, verrät vielleicht mehr. Ist er da vorne noch? Ups. Diese DNA-Spuren passen zu keiner der beiden Opfer. Zu wem gehören sie? Der Kampf begann, als jemand den Schützen erschreckte. Schwer zu sagen, wer gewonnen hat. Es könnte jeder von beiden sein. Ich sollte mir die Beweislage nochmal ansehen. Vielleicht erfahre ich noch etwas über den Eindringen. Schon cool, ne? Schädetrauma, unbekannt, 112 Joule, mehrere Schläge auf den Kopf, Opfer wahrscheinlich benommen. Der roten Spur. Ich sehe noch keine rote Spur, um ehrlich zu sein. Ah, da haben wir was. Was haben wir denn hier? Laut der Gewebeanalyse trug der Eindringling einen weißen Anzug oder eine Sportjacke. Mit dieser Stoffprobe könnte ich den Eindringling identifizieren. Aber ich weiß immer noch nichts über den Mörder des männlichen Opfers. Einen Bereich habe ich noch nicht untersucht. Da ist was rotes. Oder? Ja. Tatsächlich. Was ist das? Das ist die DNA des weiblichen Opfers. Der Oxidierung zufolge ist sie schon mehrere Tage dort. Wenn ich mir die Beweislage nochmal ansehe, finde ich vielleicht heraus, was sie tat, als sie angegriffen wurde. Schädetrauma, Tiffany Ambrose. Da fliegt doch irgendwas runter. Hey, wir sind richtig gut. Sie schrieben mehrere SMS an Roman Sionis über jemanden namens Der Joker. Black Mask wurde umgebracht. Aber das geschah schon vor mehreren Tagen. Und ich habe ihn heute Nacht noch gesehen. Tja. Alle meine Antworten werfen nur noch mehr Fragen auf. Wer ist der Joker? War er der Schütze hier? Oder ist er einer der Killer? Ich habe eine Leiche, einen unbekannten Schützen und einen Angreifer, der den Schützen überfiel. Ich muss die DNA-Proben mit der nationalen Verbrecherkartei abgleichen, um herauszufinden, wer im Raum war. Das heißt, du musst wohin? Alfred, ich brauche Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Nun, dafür müssten Sie wohl in das Gotham City Police Department einbrechen. Dann ist das mein nächstes Ziel. Sir, dafür müssen Sie sich persönlich in die Server hacken. Wenn Sie so etwas Törichtes tun wollen, brauchen Sie eine starke nicht-tödliche Waffe. Ich rate Ihnen, den Erschütterungszünder hier abzuholen. Keine schlechte Idee. Na? Den da. Nochmal. So, ab nach draußen. Jetzt greift der mich an, ich bin Batman verdammt. Ich habe nur einen scheiß Granove. Naja, egal. Acht zwei. Acht zwei, bitte kommt. Zentrale für Delta vier vier. Können Sie Delta acht zwei erreichen? Bitte warten. Vier vier. Ah, da ist doch was. Delta acht zwei. Delta acht zwei. Bitte kommt. Delta acht zwei. Komm. Delta acht zwei. Bitte melden. Delta vier vier. Keine Antwort von acht zwei. Bitte bestätigen Sie den Status von acht zwei vorauf. Juhu. So oben. So, wir schauen uns nochmal eine Runde um. Ich habe doch da was. Was sehe ich denn da schönes? Das nehmen wir noch mit. Hätte man auch. Ach, Moment. Das sind die Dinger. Was diese Relais auch schützen. Es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Das dachte ich mir auch schon, Betsy. So, Leute. Hier ist Finito. Und bis bald bei der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Batman Arkham Origins. Und bis bald bald bei der nächsten Folge. Danke. 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 Danke.